Wie groß wird wohl die Open-World-Map in Hogwarts Legacy werden? Wie wird sie beschaffen sein? Wird sie genug Abwechslung bieten? Und werden wir wirklich jeden Zentimeter dieser Welt frei erkunden können? Genau diesen Fragen möchte ich mich heute in diesem Video widmen und lade euch alle herzlich dazu ein, mich dabei zu begleiten. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video! Wie bereits bekannt sein sollte, startet das Spielgeschehen von Hogwarts Legacy, passend zum Namen, auf Hogwarts selbst und bietet uns anfangs die Möglichkeit, wie einst Harry, Ron und Hermine durch die Gänge der Zauberschule zu schlendern, Klassenräume zu besuchen und Geheimgänge zu erkunden. Wer sich mit Hogwarts auskennt, weiß bereits, dass diese Zauberschule allein schon unglaublich weitläufig und umfassend ist. Genug Fläche, um viele Stunden mit dem Entdecken dieses einzigen Ortes zu verbringen. Doch dass es dabei nicht bleiben soll, erklärte der Game Director Alan Too bereits in einem Interview. Ich zitiere, Wenn es um die offene Welt geht, wussten wir einfach, dass es nicht ausreichen würde, aus dem Fenster von Hogwarts zu starren und sich zu fragen, was da draußen ist. Die letzte Frage, die die Fans stellen, lautet, was ist dahinter? Was wird hinter dem verbotenen Wald liegen, hinter Hogsmeade? Und wir hatten einfach das Gefühl, diese Fragen beantworten zu müssen. Dies deutet bereits an, dass sehr viel Wert auf die Welt rund um Hogwarts gelegt wurde. So konnten wir bereits in der State of Play zum Game verschiedene ikonische Orte wie Azkaban oder Hogsmeade betrachten und sahen, wie unser Spielcharakter mitsamt Hippogreif über gigantische Landschaften flog, die ein ungefähres Gefühl dafür geben, was uns Ende des Jahres erwarten wird. Der gigantische Hype, den das Game bereits ausgelöst hat und der von Monat zu Monat immer weiter ansteigt, beruhigt Warner Bros. sehr, denn nie zuvor hat das Unternehmen ein derart großes Budget für ein einziges Projekt zur Verfügung gestellt, was abermals unterstreicht, dass es sich hier um ein großes Game mit hohem Niveau handelt. Was sich wohl auch in puncto Open World äußern wird, wenn man bedenkt, dass das Spiel dies als besonderes Feature extra fokussiert bewirbt. Neben den ganzen bereits im Trailer gezeigten Orten wurde auch ein Stück der Map präsentiert, bei der es sich noch um eine Konzeptart handelt. Trotzdem könnte sie als Grundstein der offiziellen Map dienen und bietet darüber hinaus auch manche Anhaltspunkte, was die gesamte Mapgröße anbelangt und zum Teil auch, wie diese aufgebaut sein könnte. Die hier gerade eingeblendete und in der State of Play kurz gezeigte Konzeptart eines Mapsegments ist allein betrachtet schon sehr groß und offenbart uns weite idyllische Landschaften, Landschaften, Wälder, Flüsse, Seen und Berge, die zum Teil von kleineren Siedlungen unterbrochen werden. Dass Hogwarts Legacy auch sehr viel Wert auf Landschaften legt, ist naheliegend, da man auf seiner Reise viele Tierwesen finden können soll, die natürlich vorrangig in ihren Habitaten beheimatet sind. So könnten die gezeigten Berge gute Lebensräume für Drachen und Trolle sein, während sich in den Flüssen und Seen grindelos und Kelpies ansiedeln. Eine wundervolle Vorstellung, wenn ihr mich fragt. Doch tatsächlich ist dieses Map-Segment nur ein Segment, denn die Zahlen scheinen Sektoren anzuzeigen. Wenn 6-6 eine Ecke der Map wäre und die gegenüberliegende Ecke womöglich 1-1 wäre, würde diese Map gerade mal ein Sechstel der gesamten Game-Map abdecken, was schätzungsweise 36 Quadratkilometern entsprechen könnte. Jedoch gibt es keinen Beweis dafür, dass das Segment 6-6 wirklich die Ecke der Gesamtkarte darstellt, was wiederum bedeutet, dass sie sogar noch sehr viel größer sein könnte als nur ca. 36 Quadratkilometer. Darüber hinaus zeigt uns die Map auch viele kleine schwarze Symbole, die überall verstreut liegen. Wobei es schwer zu erraten ist, was es damit auf sich hat, da manche von ihnen mitten in Wäldern, andere wiederum in direkter Nähe zu Siedlungen vorzufinden sind. Weniger häufig kommen auch kleine Symbole vor, die wie Türen aussehen und womöglich Dungeons anzeigen könnten. So oder so scheint auch die Frage nach Vielseitigkeit und Abwechslung vom Entwicklerteam beherzigt worden zu sein, denn die Map besticht bereits durch eine sehr facettenreiche Natur- und Siedlungskulisse, die uns schließlich auch dazu einladen soll, diese zu entdecken, beziehungsweise dessen Bewohner und Orte. Interessant an dieser Stelle ist vielleicht auch noch die Frage, wie weit auseinanderliegende Orte erreicht werden, wie beispielsweise die Winkelgasse, 300 Meilen südlich von London, oder auch Asgaban, welches sich inmitten der Nordsee befindet. Könnte man wirklich von Hogwarts zur Winkelgasse durchfliegen, ohne irgendeine spieltechnische Begrenzung, müsste die Map unbeschreiblich groß sein. Auch wenn hierfür der Abstand natürlich künstlich verkleinert werden könnte. Wobei der Spielraum hierbei nicht unendlich groß wäre und sich große Reisen auch wie große Reisen anfühlen sollten. So oder so wird uns eine gigantische Open World erwarten, wie wir sie in der Wizarding World noch nie erlebt haben. Und erneut lade ich jeden von euch herzlich dazu ein, mein Let's Play Ende des Jahres mitzuverfolgen, wenn ich durch die Landschaften wandere und euch mit Anekdoten zum Franchise vollquatsche. Es wird der absolute Wahnsinn. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wenn dem so ist, hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben und auch gerne ein Abo auf meinem Logo, wenn ihr besagtes Let's Play oder andere Videos zu Wizarding World nicht verpassen wollt. Über eure Meinungen in Form eines Kommentars würde ich mich auch sehr freuen. Einen schönen Tag euch allen und bis zum nächsten Mal. Tschau Leute! 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 Tschau Leute!